Doch ein bisschen früher als erwartet hat OpenAI eine Vorschau der neuen Generation von KI-Modellen vorgestellt. O1 und O1 Mini. In diesem Video wollen wir euch in wenigen Minuten einen Überblick geben, was die neuen Modelle können und wie sie sich von allem, was wir bisher kennen, unterscheiden. Wir sind schon dabei, selbst genau zu testen und eigene Erfahrungen zu sammeln. Die bekommt ihr dann nächste Woche in einem ausführlichen Video vorgestellt. Bis dahin könnt ihr aber gerne schon beim Artikel auf unserer Website vorbeischauen, der natürlich in der Videobeschreibung verlinkt ist. Dort gibt es noch ein paar weitere Infos, wie Demo-Videos von OpenAI selbst, die die neuen Modelle in Aktion zeigen. Aber fangen wir mit dem eigentlichen Video an. Zunächst einmal die Eckdaten. Wie schon erwartet handelt es sich bei den jetzt in JetGPT für alle User ab einem Plusplan verfügbaren neuen Modelle nicht um die finalen Versionen der neuen Generation. Das sieht man auch ganz leicht an dem Namen, der das Wort Preview, also Vorschau, enthält. OpenAI hat sich dazu entschieden, mit diesem aktuellen Stand jetzt Erfahrungswerte zu sammeln, nachdem sie geklärt haben, dass die Verwendung dieser neuen Modelle kein höheres Sicherheitsrisiko darstellt, als es die aktuellen Modelle tun. So ist zumindest die Formulierung des Safety Teams. Aber was können O1 und O1 Mini? Die neuen Modelle erreichen einen völlig neuen Standard bei komplexen Aufgaben wie Mathematik, Coding und wissenschaftlichem Arbeiten. Wir werden euch jetzt hier nicht mit den ganzen Benchmark-Zahlen langweilen, haben aber natürlich für euch den technischen Report von OpenAI in der Beschreibung verlinkt. Dort findet ihr alle Tabellen, Grafiken etc., wenn euch das interessiert. Wir sprechen aber kurz darüber, wie die Modelle diese Leistung erbringen. Im Prinzip ist es eine eingebaute Reflexion, der sogenannten Chain of Thought, der vor dem eigentlichen Output steht. Das funktioniert eigentlich genau wie bei uns Menschen, wenn wir schwierige Fragen oder Probleme lösen müssen. Dabei denken wir ja in der Regel auch am besten in Einzelschritten nach. Für jeden Schritt versucht das Modell seine Fehler zu finden und zu verbessern. Es teilt schwere Aufgaben in kleinere, leichtere Teile auf und wenn etwas nicht klappt, probiert es etwas Neues aus. OpenAI hat dazu selbst einige Beispiele für Coding, Mathe oder Verschlüsselungsanfragen auf der Website, in denen man auf doch beeindruckende Art und Weise sieht, wie lange dieser Prozess teilweise geht. Das Modell spielt zig verschiedene Szenarien sozusagen hinter den Kulissen durch, bis die finale Antwort gegeben wird. Alle aktuellen KI-Modelle geben in der Regel eine schnelle Antwort, die bei so komplexen Fragen dann leider oft falsch ist. Hier versucht O1 anders zu arbeiten und erst einmal alles selbst zu hinterfragen und zu prüfen, bevor die finale Ausgabe generiert wird. Man sieht es schon in diesen Chain of Thought Texten der KI. Es ist doch deutlich komplexer als die bisherigen Ausgaben und dauert natürlich dementsprechend länger, was aber eben auch zu besseren Antworten führt. Was das für die Rechenleistung bedeutet, kann man aktuell nur erahnen. Aber der Fakt, dass wir Stand jetzt auf 30 Nachrichten für O1 und 50 Nachrichten für O1 Mini pro Woche beschränkt werden, deutet an, dass OpenAI hier erst einmal ziemlich vorsichtig in der Skalierung ist. Die Preise für die Nutzung der neuen Modelle in der API sind aktuell 3- bis 4-mal so hoch wie das teuerste GPT-4O-Modell. Es scheint also durchaus einiges zu kosten, die O1-Familie zu betreiben. Abschließend können wir aktuell sagen, die neuen Modelle von OpenAI unterscheiden sich grundlegend zu allem, was bisher auf dem Markt ist. Ethan Mollick, Professor an der Wharton-Uni, ist der Autor des Buchs Co-Intelligence, eins der aktuell meistgelesenen Bücher zum Thema generative KI und Chatbots. Und in diesem Buch beschreibt er die KI als Mitarbeitenden, als Hilfe oder Assistenz. Ethan hat bereits seit einem Monat Zugriff auf die neuen Modelle gehabt und seine Einschätzung dazu ist sehr beeindruckend. Er schreibt in einem Blogbeitrag, dass die Zeit der Co-Intelligenz, also wie er sein Buch noch genannt hat, vorbei ist. Das O1-Modell macht in seinen Augen so viele Schritte, Überlegungen selbst und liefert solch komplette Ergebnisse, dass man das Gefühl hat, die eigene menschliche Rolle in dieser Beziehung ist gar nicht mehr so entscheidend. Natürlich muss man auch hier als Mensch auf Fehler der KI achten, die definitiv weiterhin passieren werden. Aber man ist nicht mehr so sehr involviert durch die vielen Aufgaben, die man dem Gesprächspartner abnehmen muss. Gleichzeitig sollten wir betonen, man darf auf gar keinen Fall dem Trugschluss verfallen, dass O1 intelligenter ist, wirklich selbst denken kann oder ein Bewusstsein hat. Es ist ein vollständig anderes System, ja, aber im Grunde sind es einfach mehr Schritte, komplexere Kalkulationen und diese eingebaute Reflexion über die ersten Schritte des Modells, die am Ende zu deutlich verbesserten Ergebnissen führen. OpenAI nennt das dann sehr emotional angehaucht Thinking, aber eigentlich ist das fast eine Art Täuschung, denn auch das Denken hier ist eigentlich nur eine vielschichtige Kalkulation der Modelle. Und O1 ist auch nicht in allen Belangen besser als das vorangegangene GPT-4O-Modell. Es kann zum Beispiel nicht wirklich besser Texte schreiben, zusammenfassen oder ähnliches. Der entscheidende Unterschied wird nur bei entsprechend komplexen und mehrteiligen Aufgabenstellungen wirklich deutlich. Für spontane kreative Aufgaben stellt dieser neue Ansatz oftmals gar keine wirkliche Verbesserung dar. In diesem Sinne lässt sich schon von unserer Seite aus mit ziemlicher Sicherheit die Prognose abgeben, dass OpenAI hier Größeres vorhat, als einfach nur ein besseres KI-Modell für Endkunden bereitzustellen. Vielmehr muss man sich vorstellen, was man mit diesem neuen Ansatz machen kann, wenn man der Technologie statt Sekunden, Minuten, Stunden oder sogar Tage Zeit gibt, um auf die bestmögliche Lösung zu kommen. Im Bereich der Forschung, Medizin oder allgemein bei der Arbeit mit Daten sind auf einmal Simulationen möglich, die bis vor kurzem kaum noch vorstellbar waren. O1 kann als eigenes Forschungsteam eingesetzt werden und bietet unglaubliches Potenzial für den Fortschritt der Menschheit. Wir sind auf jeden Fall gespannt auf die vielen Einsatzmöglichkeiten. Wie anfangs angedeutet, wir testen das neue Modell jetzt für euch wirklich im Detail und melden uns nächste Woche mit einem ausführlichen Bericht zu unseren eigenen Erfahrungen mit dem neuen Modell. Alle von euch, die einen Chat-GPT-Plus-Plan haben, können das übrigens ab sofort auch tun. Und auch für alle anderen haben wir gegen Ende noch eine gute Nachricht. Das O1-Mini-Modell soll wohl auch bald allen Usern im Freeplan zur Verfügung gestellt werden. Ein genaueres Datum gibt es aber noch nicht. Ich hoffe, dass dieses kurze Übersichtsvideo euch gefallen hat. Bitte seht es uns an dieser Stelle nach, dass wir erst ausführliche Tests machen wollen, bevor wir ein finales Urteil zu den neuen Modellen abgeben. Aber wir sind auf jeden Fall schon eifrig am Ausprobieren und liefern das Video dann bald nach. Ansonsten freue ich mich wie immer über einen Like und einen netten Kommentar. Mein Name ist Johannes Ruf und wir sehen uns beim nächsten Mal.